Hast du irgendwo den Dirk gesehen? Hast du gerade wo hinter uns gesehen? Hinter uns? Hinter uns! Tätet auf! Vollidiot! Sag das doch! Hast du den selten dabei? Hast du den Anliegen? Hallo Dirk! Hast du noch mein Handy? Ja. Hast du? Ich mach uns im Kodi. DIRK! Ja, Alter! DIRK! Wie schnappt er jetzt weiter? Alter! Alter! Lass ihn doch einfach hoch! Das hab ich nicht gefunden. Ach nein Alter, du Vollidiot! Welcher Dirk eigentlich? Ich kenn ihn nicht. Ich kenn ihn nicht! Es ist mein Kollege, ich hab ihm vorgestellt. Nein. Schau mal, die Bäume sind komisch. Das sind komisch. Fuck. Ist schon mal leid. Ja, ist gut. Ich hab mich besser mit dir. Vielleicht ist er schon vorgegangen. Kann ich? Hast du gehört da? Alla! Überholst du deinen Rucksack? Ah! Sorry! Mann! Karte irgendwo, da muss Karte sein! Ah! Was ist deine Hose? Also, da hätten wir ihn. Ah, da ist ja mein Handy! Du hast es ja doch gehabt, du Vollidiot!